Gilcan Kams, 39, genießt die Herbstsonne. Die ehemalige Viva-Moderatorin erwartet zum ersten Mal Nachwuchs und kostet jeden Moment ihre Schwangerschaft in vollen Zügen aus. Der Babybauch der TV-Bekanntheit ist in den vergangenen Monaten schon ordentlich gewachsen und das präsentiert sie auch immer wieder gerne. Ein so freizügiges Kugelfoto gab es von Gilcan bisher aber nicht zu sehen, sie zeigt ihren Bauch im Bikini und lässt ihn von den Sonnenstrahlen wärmen. Auf Instagram teilte die werdende Mutter einen Schnappschuss, der sie beim Sonnen zeigt, offenbar geht es ihr momentan richtig gut und sie hatte ein bisschen Zeit zum Entspannen. Die 39-Jährige verritt, dass sie vorhat, einen Hypnobirthing-Kurs anzufangen und ist super gespannt, was sie erwartet. Vorher dankt Mami noch eine Portion Vitamin D, schrieb sie aber und erklärte so, wie es zu dem Foto, das Urlaubssinn-Sucht auslöst, gekommen war. Das Highlight der Aufnahme, die Kamera hat genau die Sonnenstrahlen, die auf Gilcans Bäuchlein fallen, besonders gut eingefangen. Dass es gar nicht mehr lange dauert, bis die Blondine ihren Nachwuchs auf der Welt begrüßen kann, machte sie schon vor einigen Tagen klar. Gilcan ist startklar und hat schon die Kliniktasche gepackt. Mein Koffer für das Krankenhaus und Babykamps steht jetzt bereit, plauderte sie im Netz aus. Tipps für Promiflash? Einfach e-mailen tips-at-promiflash.de